Mara Frey, das erste Spiel, das erste Play-Off-Spiel. Von aussen hat man von Anfang an gesehen, dass wir unbedingt gewöhnt haben. Dass es eine riesige Rücktrug die Mannschaft gegangen ist. Und nachher sind wir in Stocken gekommen mit diesen Strafen. Ja, wir sind wirklich sehr gut trainiert. Wir haben uns wirklich super darauf vorbereitet und sind auch wirklich bereit gewesen. Mit diesen Strafen haben wir uns das einfach nicht rausbringen. Wir haben weitergespielt und haben uns das Beste gegeben. Was hat denn der Coach nach dem ersten Drittel in der Kabine zu diesen Strafen? Nicht viel, nicht viel. Er hat gesagt, wir sind dran und müssen einfach so weiter kämpfen. Auch wenn wir die Entscheidungen vom Schiri akzeptieren und weitermachen. Ich würde sagen, morgen geht es zu Fulgano. Schlag auf Schlag, weiter so, oder? Ja, sicher. Also, gute Eronik. Danke.